Wunderschönen guten Morgen wünsche ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist Donnerstagmorgen, viertel vor fünf. Ich fahre heute Morgen über nach Weiterstadt. Dann fliegt mein Handy. Dann hole ich den Cat 323 nach Hause. Dann sattel ich um, fahre nach Untenheim, hole den 938. Der geht rüber nach Meissenheim. Und wenn ich in Meissenheim leer habe, fahre ich rüber nach Bad Kurznach. Da steht der 938, den ich in München geholt hatte. Den lade ich und den bringe ich dann rüber nach Ludwigshafen zur Liebherr. Ich hoffe, dass das klappt heute. Das sagt mein Tank halb voll. Sollte normalerweise passen. Jetzt schießen wir erstmal runter, wie gesagt, bei der Stadt. Und holt den mal gerne nach Hause. In aller Ruhe. Wobei, das ist ja alles dauernd, wenn Sie mich ja jetzt wieder aufziehen. Geist du kiaisern. Du merkst nehmisch. Geist du kiegel. So, dann machen wir mal an hier. Dann geht es rein, fahren leichter. So, dann geht es rein. 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 So. So, dann geht es rein. 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 So, dann geht's rein. So, dann geht es. So, dann geht es rein. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ... ... Ach, geht. Hoffe ich doch. Hoffe ich doch. ... 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